Maloka ist kostenlos im Quest Store verfügbar und in diesem Video bekommt ihr meinen ersten Eindruck zu diesem Game. Wollt ihr die wichtigsten Dinge zu eurer Oculus Quest erfahren, wie ihr beispielsweise die besten Funktionen nutzen könnt, was die besten Games sind und was ihr unbedingt mal ausprobieren solltet, dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da habe ich euch Videos zu all diesen Themen hinterlegt. Wollt ihr allgemein nichts mehr verpassen zur Oculus Quest, seines Reviews, Tests oder Tutorials, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Maloka. So, wir starten jetzt in Maloka. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was Maloka ist. Kann mir mehr oder weniger so aus dem Quest Store gefallen. Kuckuckoo! A general reality. Maloka! Start Journey, sign in. Welcome, now. I'm over here. And here. Hi. And yes, even here. I am the universe. Hallo, universe. The beginning and the endless. Now, I know why you're here. But do you? You're looking for answers. Spoiler alert. Deep down. You already know them. But it's easy to be distracted. Also erstmal komplett englische Sprachfassung. Scheint im Moment in die Richtung Experience zu gehen. Aber wir haben Hände, was auch auf eine gewisse Interaktion hinweist. Better sleep, calm, energy, joy, courage. Better sleep. And what do you hope to find there? Ich möchte mehr Schlaf, clarity, to find my better self, to be more present. Lastly, inquiring minds want to know, what's your favorite color? Ah, meine favorite color is green. Meet your spirit. One part traveling companion, one part co-pilot, and a whole lot more than meets the eye. May I present the discoverer, bright, curious, fearless, together, you'll find, define, and redefine yourselves. Was ist das, verdammt? Mein. You and your spirit are now one. And the journey of a lifetime. Okay, wir sind jetzt verlinkt mit diesem Spirit. Oh, auch süß gemacht. Ich bin nett ge- Hallo. Hallo, life. Äh, use grab button to rotate. Ah, wir können mal, wir können die Insel drehen. Und so können wir ranziehen. Ach, jetzt sind wir hier. Ich liebe, was du mit dem Ort getan hast. Danke. Universe spricht mit... Hallo. Hallo. Wink zurück. Oh, guck mal, dann kommt der angewackelt, wenn wir so ran. Now tickle its belly and make a wish. Touch the spirit with your controllers. Just kidding, the belly rub was your spirit's wish. Okay. I leave you in good hands. Go forth. You'll find my wisdom in unexpected places. Keys to create a magical realm of your arms. Also, das ist hier schon so'n bisschen hypnotisch. Remember, the only limits are those we accept. Until next time. Here, you are the hero of your story. Aha. Don't believe me? All your choices you've ever made, have led you here. Oh. Oh. They say no one is an island, and very few own one. This new island is yours. Now, see the glowing circle in the center of your island? We call it the vortex. This is a vortex. It's a powerful meditation portal, where you can change past, present, and future. Choose meditations, and discover new ones over time. Meditation ring, okay. Step in and see for yourself. This is a meditation ring? Go on. Select your first five-minute meditation. Oh, five-minute meditation. Okay. Welcome to your first Maloka Vortex meditation. Meditation is all about allowing thoughts to flow. Don't worry about doing it right or wrong. The most important thing is showing up, which you have. Find a comfortable position, and we will get started. Ich lehne mich gegen die Wand. Gemütliche Position. Bring your attention to the center of the vortex. Out there on the horizon. Take a deep, long inhale. And now, a slow exhale. Let go of any thoughts. You will notice that the vortex expands and contracts. Match your breaths to this slow movement. When you take a deep, long inhale, the evolving shapes will expand. When you take a slow, mindful exhale, the vortex contracts. Try a few breaths now and allow your breath to sink with this vibrant light. Okay, we must have a slow, long inhale, and allow your breath to flow with the light. I'm passing. I'm passing. I'm passing. I'm passing. Thank you. You will notice a white ring passed by from time to time. This is a focus ring. When you see it and your mind has wandered away, simply bring your attention back to the vortex. And keep breathing. That's really psychedelic here. Wow, so viel Sauerstoff ist mein Gehirn gar nicht mehr gewohnt. Das ganze Einatmen hier. Wow. Alter. Das haben wir gut gemacht. Okay. Okay. Oh, nö. Ich bin der Finger. Your Spirit grew. Ach, okay. Und wir können dann unseren Spirit wachsen lassen. Das heißt, wir kriegen dann auch jeweils so ein kleines, so einen kleinen Reward mit jeder Meditation. Touch the mystery orb to open it. Okay, das ist der mystery orb. Hier. Mit cosmic nut, okay. Können wir uns nicht aussuchen, wo die hinkommt. Okay, wir haben einen Baum gepflanzt. You are more powerful than you know. Here you can move mountains. Ah, healthy brush, soul nut, keto salad. See that chest over there. I've placed a few more treasures inside. Na, come on, they're coming here. Plant them wherever you'd like. Ein bisschen was platzieren. Machen wir noch die soul nut. Okay. Touch the plant to release the gardening energy. Pflanzen anfassen. Die gibt uns Energie. Gardening is a meditation in itself. Your island grows as you grow. Come back daily to see your entire island bloom. Ach, die wachsen da ein bisschen. Okay, das können wir dann täglich machen. So. Das können wir jetzt auch wachsen lassen. Da können wir täglich wiederkommen. Durch die Meditation können wir unseren Spirit wachsen lassen. Und durch diese Berührung die jeweiligen Pflanzen. Aber wohl nur einmal täglich. To exit the island, press both grip buttons at the same time. Okay, dann machen wir es doch einfach mal. Verlassen wir nochmal die Insel. Ich denke aber schon, dass ihr einen ganz guten Eindruck... Okay, und jetzt kommt der Moment. Ihr sollt ein Aloka-Account machen. Könnt das dann mit einer Mobile-App kombinieren. Und ein Sign-in machen. Jetzt muss ich aber mal eben gucken, wie ist das denn, wenn wir hier Maloka haben. Ich gucke jetzt nochmal eben für euch, ob denn Maloka sowas kostet. Weil wenn die App schon kostenlos ist. Maloka. Mymaloka.com Download it on Quest. Was haben wir hier? About Partnership. IOS Android Quest. Meet your spirit reviews. Meet us in the mindful metaverse. Ja, Leute, so wie es hier im Moment aussieht, auf der Webseite scheint es erstmal nichts zu kosten. Guck jetzt nochmal im App Store. Wir haben jetzt hier Maloka. Maloka. Hier, das ist das doch schon. Hier, mymaloka. Laden wir das mal eben runter. Öffnen. So. Jetzt sind wir hier in Maloka. Die Handy-App lädt. Welcome to Maloka. Continue from VR. So, und jetzt können wir hier machen. Create account. So. Verify account. Verify. Und der Account ist verified. Das heißt, wir müssen jetzt hier weiterkommen. Dann dreht sich das Rädchen. Dann müssen wir jetzt hier den Code eingeben. Und der Code lautet. Bei mir. 8, 9, 5, 5, 5, 8. So, submit. Okay. Link Error. Geil. Passcode not recognized. Go back to the VR device. Was ist jetzt hier passiert? Notifications. Close. Was war das denn jetzt? Warum ist das denn hier gerade so? Welcome. Notifications. Account. Ne, guck mal. Hier, ist doch jetzt gelinkt. War doch gar nicht fehlerhaft. So, und jetzt könnt ihr hier halt gucken. Euren Account. Notifications. Stay updated. Nicht erlauben. So, und jetzt könnt ihr hier in der App eben sehen, äh, ja, euren Spirit. Eure Insel könnt ihr euch anschauen, wie die aussieht. Dann habt ihr noch euren Progress, wo ihr sehen könnt, was ihr gemacht habt, wann ihr meditiert habt. Welche Rewards ihr gesammelt habt. Da könnt ihr verschiedene Bäume, verschiedene Strukturen für eure Insel, ähm, für eure Insel verdienen. Und ihr könnt auch hierüber meditieren, über die Handy-App. Und da habt ihr auch verschiedene Fortschritte. So, mal das Handy ausmachen. Was soll ich sagen? Ich finde das echt cool. Gerade mit dieser Handy-Verknüpfung ist, äh, so wie ich es im Moment sehe, sind da auch keine Kosten hinter, sondern das ist jetzt erstmal eine rein freie Anwendung, die, äh, ja, die ihr mit dem Handy verknüpfen könnt. Und eigentlich, also ich stehe ja auf sowas, ne, dass ihr in der Virtual Reality was machen könnt. Dann könnt ihr über das Handy drauf gucken. Das ist schon echt gut umgesetzt. Und, hey Leute, es ist kostenlos. Es ist eine Meditationsanwendung, die sicherlich nicht für jeden was ist, keine Frage. Aber so finde ich es cool. Und, äh, man hat noch so ein Belohnungssystem dabei. Man möchte seine Insel voranbringen, man möchte, dass die Pflanzen wachsen. Und das schafft man eben dadurch, indem man sich jeden Tag drum kümmert und meditiert. Also, eine, schon eine gewisse Anreizfunktion. Jetzt bin ich aber gespannt, von euch zu lesen. Wie findet ihr denn Maloka? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt, von euch zu lesen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Das war mein erster Eindruck zu Maloka. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Quest noch besser machen könnt? Dann schaut doch mal in diese Playlist. Da habe ich euch verständliche und einfache Tutorials und Anleitungen hinterlegt, mit denen ihr das garantiert auch hinbekommt. Wollt ihr außerdem nichts mehr verpassen zu eurer Quest? Dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke an meine Patreons und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!